Ich habe Kiara gesagt, dass es das Beste wäre, wenn sie sich neu verlieben. Sie war total verletzt. Nein, du wirst es ja eigentlich auch nicht wahrnehmen. Doch. Kiara, werde ein Glücklicher. Ja, hallo. Hallo, ist Kiara. Kiara Nadol. Wen haben Sie denn erwartet, wenn Sie mal die Nummer wählen? Äh, ja, ich... Ich wollte mich nur kurz vorstellen. Ich bin Alba Kurote. Ich bin Alba Kurote. Ich habe dich so verletzt. Wenn es irgendwas geht, wo du mit mir sprechen willst, dann kannst du das. Das ist privat. Und privat haben wir nichts mehr miteinander zu tun. Das ist kritisch. Bis dahin. Oh... Aber ich konnte mich nicht länger konzentrieren. Ich musste die ganze Zeit an dich denken. Ich hab dich vermisst. Und ich will endlich mit dir zusammen sein. Ich liebe dich. Was genau hat dir in meiner Ausdremmung gefallen? Dein Strahl und deine Körperspannung sind vielleicht auch ein bisschen dahinter. Ich liebe dich.